Hi Leute und willkommen auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Firma Intersport Beko. Ich bin Markus und arbeite hier in der Filiale in Gießen im Schiffenberger Tal und heute machen wir mal ein ziemlich cooles Produktvideo zu den Schuhen der Firma Win, weil da gibt es nämlich echt jede Menge zu erzählen, was die Features und die Technologien angeht und schauen wir uns jetzt mal an. Grundsätzlich wird natürlich das Rad bzw. in dem Fall der Schuh nicht immer wieder neu erfunden, aber gerade bei den Schuhen von Win gibt es ein paar richtige Besonderheiten. Steigen wir direkt mal ein. Man sieht nämlich von der Optik schon, wir haben den sogenannten Sleeve, also sprich die gehen wie so eine Art Socke hier nach oben und da ist das ganz Besondere, dass diese Socke auf der Innenseite aus Merinowolle besteht. Diejenigen von euch, die in dem Thema Sport und Textilien und Fasern so ein bisschen drin sind, die kennen das Thema Merino bestimmt schon, weil da ist einfach der Vorteil, die ist unfassbar temperaturregulierend, hat auf der einen Seite die Möglichkeit zu wärmen, auf der anderen Seite, wenn es mal ein bisschen heißer ist, auch ein bisschen zu kühlen bzw. die Temperatur einfach sehr, sehr gut für den Träger auszugleichen. Auf der anderen Seite ist es relativ antibakteriell, aber die absolute Besonderheiten, das ist wirklich ein krasses Feature, man kann die Schuhe ohne eine Socke tragen. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr könnt diese Schuhe, egal ob im Freizeit- oder Alltagbereich oder auch zum Joggen, komplett ohne Socke, sprich barfuß nutzen. Ja, da kann man also zu dem ersten Punkt zusammenfassend sagen, ist eine coole Geschichte, weil, wie eben schon mehrfach gesagt, ihr könnt barfuß rein, ist echt ein sehr, sehr außergewöhnliches Gefühl, was man auf jeden Fall mal testen sollte. Dann ist es natürlich so, gerade bei Männern Thema Schweißfüße, Geruchsbildung, Geruchsbakterien, das wird halt eben auch durch die Merinowolle halt stark reduziert. Ist natürlich für die Dame, die mit dem Mann laufen geht, im Zweifelsfall auch sehr, sehr angenehm. Ja, also von daher seht ihr, ist echt mal was richtig Neues und sollte man auf jeden Fall mal probieren. Dazu kommen noch bei den Schuhen von der Firma Win, dass die in der Produktion, was die Nachhaltigkeit und die Umweltbelastung angehen, sehr, sehr vorbildlich arbeiten, weil das ist zum Beispiel so, dass das Außenmaterial, das ist Garn, zum Beispiel aus recyceltem Plastik hergestellt wird. Außerdem wird der Hochleistung Schaumstoff der Schuhe noch aus Nebenprodukten der Zuckerrohrindustrie gewonnen und das rundet natürlich so ein Produkt sehr schön ab, weil das ist immer cool, wenn es eine Firma schafft, ein Produkt zu bauen, das von der Performance her sehr, sehr gut funktioniert, aber auch von der Umweltbelastung her sehr, sehr schonend ist. Von daher von uns Daumen hoch. Ja, ihr seht also zu den Schuhen von der Firma Win gibt es viel zu erzählen, aber natürlich ist Erzählen das eine, deswegen kommt am besten mal direkt bei uns bei Intersport Beko in den Läden vorbei. Guckt euch die Schuhe mal an, steigt vor allem auch mal rein, weil wirklich das Tragegefühl sehr, sehr neu und sehr besonders ist. Wir hoffen sehr, das Video hat euch gefallen und ein bisschen weitergeholfen. Wenn das der Fall ist, lasst uns gerne in den Kommentaren auch einen Daumen nach oben da, da freuen wir uns sehr. Abonniert auch den Kanal und folgt uns gerne auf Facebook und Instagram, damit ihr weitere News und Updates nicht verpasst. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Video. Ciao und bis dahin.